So stirbt die Meinungsfreiheit. Strafbefehl wegen Tweet zu Krim. Ihr habt richtig gehört, in Deutschland wird man mittlerweile, jedenfalls laut Meinung einer deutschen Staatsanwaltschaft, schon dann bestraft, wenn man einfach nur frei seine Meinung äußert. Konkret geht es um einen ehemaligen Politiker von SPD und Piratenpartei. Ich lese euch mal diesen Artikel der Nachdenkseiten hier vor. Die Stichworte lauten Störung des öffentlichen Friedens oder Belegung von Straftaten. Die falsche politische Meinung kann heute schnell die Justiz auf den Plan rufen. Anzeigen kann jeder stellen. Bedenklich ist, wenn Anzeigen wegen Meinungsäußerungen, die nicht beleidigend, volksverhetzend oder in anderer Weise eindeutig justiziabel sind, von Gerichten dann tatsächlich als Grundlage für Strafbefehle genutzt werden. Staatsanwaltschaft und Gericht sind nicht dazu berufen, Wächter über die Inhalte politischer Debatten zu sein. Unabhängig von jedem inhaltlichen Urteil über die hier in Frage stehende Meinung, es muss darauf gepocht werden, dass das Äußern einer politischen Meinung nicht in dieser Form kriminalisiert werden darf. Lesen Sie selbst. Wir dokumentieren den Strafbefehl hier in Auszügen von den Nachdenkseiten. Das Amtsgericht Brufsaal hat dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Jörg Taus, SPD und Piratenpartei, bereits im November folgenden Strafbefehl wegen Billigung von Straftaten zugestellt. Taus hat Widerspruch eingelegt. Die Staatsanwaltschaft legt Taus den folgenden Sachverhalt zur Last. Als Reaktion auf den kritischen Tweet zur Wortwahl einer Meldung im Deutschlandfunk in der Abstimmungen in der Donbass-Region als Regional- und Kommunalwahlen bezeichnet worden seien, habe Taus über sein Profil auf dem sozialen Netzwerk X, vormals Twitter, folgenden Kommentar veröffentlicht. Schon auf der russischen Krim lief das damals korrekt ab. Service-Tweet. Ja, wie gesagt, es ist eine inhaltliche Bewertung, die ich jetzt weder verneinen noch bejahen kann. Keine Ahnung, ich habe mich mit den Details der Krim-Wahl damals nicht beschäftigt. Also die Präsenz russischer Truppen während dieser Wahl auf dem Staatsgebiet der Ukraine war wohl völkerrechtswidrig. Aber ob die Wahl jetzt korrekt ablief, keine Ahnung. Es gab auf der Krim auch schon lange vorher deutliche Mehrheiten für einen Beitritt der Krim zu Russland. Also in den 90er Jahren wurde da eine Partei, die einen Anschluss an Russland wollte, mit über 70 Prozent, also mehr als zwei Drittel Mehrheit, ins Parlament gewählt. Also das deutet schon darauf hin, dass Russland es nicht nötig hatte zu manipulieren. Aber wie gesagt, inhaltlich soll es hier überhaupt nicht gehen. Ich kann das nicht bewerten. Ich habe mich zu wenig mit der Volksabstimmung damals auf der Krim beschäftigt. Und darum geht es in diesem Artikel, wie gesagt, nicht. Wörtlich heißt es im Strafbefehl weiter. Grammatik wurde vom Original übernommen. Dieser Beitrag war, wie sie wussten, für alle Nutzer des sozialen Netzwerks X einsehbar. Wie von ihnen mindestens billigend in Kauf genommen, ließen sie durch diesen Beitrag in einer Weise, die geeignet war, den öffentlichen Frieden zu stören, die völkerrechtswidrige und unter Einsatz von Waffengewalt erzwungene Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und die dort durchgeführten Scheinwahlen gut. Oh, oh, oh. Also man darf nicht eine andere Meinung haben als die aktuellen außenpolitische Linie der Bundesregierung. Vor allem hier in einer Art und Weise, die geeignet war, den öffentlichen Frieden zu stören. Was hat sowas in einem Strafbefehl zu suchen? Also das klingt doch sehr nach Wehrkraftzersetzung. Aber ich bin auch nur juristischer Laie. Also keine Ahnung, ob sowas legal ist. Es ist auf jeden Fall bedenklich, wenn bestimmte Paragrafen in unserem Strafgesetzbuch so ausgelegt werden können. Sie werden daher beschuldigt, einen Artikel 138 Absatz 1 Nummer 5 genannte rechtswidrige Taten, namentlich ein Verbrechen der Aggression im Sinne des Paragraf 13 Absatz 1 Strafgesetzbuch, in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich und durch Verbreiten eines Inhalts gebilligt zu haben. Strafbar als Billigung von Straftaten gemäß 140 Nummer 2 Strafgesetzbuch. Gegen sie wird eine Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen verhängt. Also wenn man irgendeine außenpolitische Handlung eines anderen Staates kommentiert, dann kann man wegen Billigung von Straftaten belangt werden. Also ich hätte dann bitte auch gerne gehabt, dass alle Politiker, die damals den Irakkrieg der Amerikaner gut geheißen haben, beispielsweise die damalige Oppositionsführerin Angela Merkel mal für Gericht gestellt wurden. Und natürlich ist das nicht passiert, weil bei Kriegen unserer Verbündeten man da Straftaten bzw. Angriffskriege so viel, wie man will, rechtfertigen darf. Also das ist ja wirklich vollkommen absurd. Dass das hier eine Politjustiz ist, wie Taus hier selber feststellt, den letzten Absatz lese ich nicht mehr durch, wohl doch, der letzte Satz ist noch interessant, Damals gab es bei ihm eine Hausdurchsuchung wegen einer Reise zu baden-württembergischen Partnerstätten auf der Halbinsel Grimm. Also das scheint ein Mann zu sein, der tatsächlich das gemacht hat, was jeder gute Politiker machen sollte, internationale Kontakte pflegen. Und ja, deswegen gibt es in Deutschland Hausdurchsuchungen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, nicht der zentrale Punkt. Das ist noch was anderes, was hier erwähnt wird, womit man sich auch mal auseinandersetzen könnte. Aber ja, hauptsächlich Punkt ist, in bestimmten Fällen, wie gesagt, ich hatte gerade Angela Merkel, die Deutschlands Beteiligung am Irakkrieg gefordert hat, also sogar gefordert hat, Straftaten zu begehen. Also Aufruf zu Straftaten, könntest du ja sagen. Da wurde nicht ermittelt. Da wurde nicht gesagt, Angela Merkel, sie werden jetzt hier zu einer Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen verurteilt. Natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Also es wäre ja auch irrsinnig, bei irgendwelchen außenpolitischen Forderungen, selbst wenn sie auf die Billigung, das Guteißen oder sogar die Führung von Angriffskriegen ausgerichtet sind, da, also auf Meinungsäußerung, da Geldstrafen drauf zu verhängen. Also sowas sollte in einem demokratischen Rechtsstaat nicht passieren. Aber spätestens darin merkt man, dass das hier eben, wie taus selbst feststellte, eine Politjustiz ist. Also wenn das in dem einen Fall bei Angriffskriegen der Amerikaner nicht passiert, hat, aber bei einer Annexion, also die Krim-Annexion war ja nicht mal Krieg, das war ja einfach nur, Russland hat also Daten hingeschickt, abstürmen lassen und dann die Krim in sein eigenes Staatsgebiet eingefügt, dass da dann eben doch Geldstrafen verhängt werden. Das zeigt, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Und sowas darf in einem Rechtsstaat nicht passieren. Also wenn die eine Seite anders behandelt wird als die andere, dann haben wir schlicht und ergreifend keinen Rechtsstaat mehr. wenn diese marche sind würde. Anche Fahne. Also abonniert sich тут den Blick über die Verse 4 bis zu dem Und wie sicherlich. Weil du mit ihm dazu circumstantiert cookies,